Ahhoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn mit Lafischion Chantal. Wir sind in den Arcovian Foothills wieder bei dem Lager von den Rovers und geben jetzt erstmal eine Request ab. You've returned, was your adventure successful? I destroyed the barricade. Ah, a job well done, thank you. You've done good by us. And we won't forget that. Okay, wir kriegen 500 Geld, ein bisschen Reputation, irgendein Item, was ich nicht angucken kann und my pleasure. Dankeschön. Äh, wir haben keine Item bekommen. Ne, wir haben, hatten wir schon immer zwei Stauräume rechts? Nein, wir haben gerade einen neuen Inventarplatz gequillt, habe ich gerade durchgelesen nochmal. Und ich bin gelevelt. Sehr nice. Erstmal Physikskillen. Ah, ich bin jetzt auch mal fast beim Level. Hm, was geh ich denn weiter? Was ist hier nicht? Oh, geil. Das macht, das ist ziemlich gut. Maschinen kommt rein, glaube ich. Ach, gut, scheiße, müssen wir weit weg. Müssen wir noch in die Höhlen rein, oder waren wir da schon komplett durch? Weiß ich nicht. Ne, in der letzten Höhle, wo wir drinnen waren, waren wir komplett durch. Okay, ich habe jetzt mal mein, mein, was war denn das, mein normalen Angriff weitergespielt, das heißt, ich mache das noch mehr Schaden. Einfach durchraschen. Ja, an dem kann man, wenn man relativ weit vorbeigeht, vorbeigehen einfach. Ich bin direkt da eben vorbeigerannt, also. Ja. Nicht durchraschen? Oh, das ist neu. Hier waren vorher keine, glaube ich, oder? Also hier war die Barriere, die haben wir erst gespräch, jetzt sind hier Leute. Weil ich glaube, vorher waren hier nicht durch. Das ist schön. Doch, hier waren auch welche, oder? Wahrscheinlich. Oh, keine Ahnung, ey. Also wenn ich ehrlich sein müsste, hätte ich keine Ahnung. 1036. Oh. Oh, ich habe schon wieder, ich habe fast 2000 mehr als, ich habe 2759. Ich weiß. Ich habe gerade nachgeguckt. Einfach nur dem Weg hier folgen. Ich folge dir einfach mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir da durchgehen können. An den Seiten müssten wir durchgehen können. Ja. Wir dürfen nur nicht in der Nähe von den Falten, dann... Pass auf, der hat einen Stein geschmissen. Ja, der hat mich fast gewonnen, hätte. Ja, du hättest vielleicht ausweichen sollen. Der macht mir nämlich 900 Schaden. Ich habe es spät mitgekriegt, dass er einen Stein geworfen hat. Aber guck, wie viel der mir macht, das bin ich nicht ausgewichen. Die machen ganz schön Schaden, übrigens. Ich habe da was mitgebracht. Oh Gott, ich habe doch gesagt, nicht nehmen wir den Wildschwein fighten. Hast du alle Wildschweine angelockt, wird gesagt. Nein. Na ja, wie immerhin haben wir jetzt auch noch Wildschweine, die wir bekämpfen können. Damit es auch nicht langweilig wird, ne? Aufsteigen zu werfen, what the fuck? Vielleicht er warst du ein Stein. Human Remains. Ich habe nur eine Leiche. Sehr gut. Sehr gut. So. War schon immer so wenig Musik in Brim Dawn? Ich weiß nicht. Ich habe mein Spiel sehr leise. Ich meine es nicht, also. Ich habe auch dich sehr leise. Wieso? Ich habe das Gefühl, es läuft Musik im Hintergrund. Ja, ich hoffe, ich habe aber ein bisschen wenig. Was ist mit der Höhle? Waren wir da schon mal? Ja, die rechts hier ist, ja, das ist das Westen, das wo wir waren. Und die Höhle davor? Welche? Auf der linken Seite irgendwo. Oh Gott, du hast schon wieder einen Boss angegriffen. Du bist so in das Lager reingelaufen und hast gewonnen, das zu bekämpfen. Ich glaube, erst danach geguckt, ob wir das schon mal geschafft haben. Ja, letztes Mal gab es doch keinen Boss drin oder so. Können wir gerne machen, aber für so... Also ein bisschen viel Schaden, den ich hier tanken muss. Die haben ja schon fast 1000 Schaden gemacht, also du wärst jetzt schon tot. Die haben ja schon über 1000 Schaden gemacht, what the fuck? Der kann übrigens meine Lebensenergie abfacken und sich selbst heilen. Zumal kann ich mich gegenheilen. Weißt du, wie die coole Skills hat, bitch? Du musst aber ganz schön schaden. Wo ist er hin? What the fuck? Ich stehe direkt vor dir. Ich stand da gerade in der Ecke drin die ganze Zeit. Bei mir nicht. Am geilsten ist der Feuerschaden, also der zieht auch richtig hart. Oh, wir haben jetzt Dings bekommen. Hier steu ich die ganze Zeit drinnen, in dieser Ecke. Nee, bei mir nicht. Bei mir standst du die ganze Zeit direkt vor ihm. Bei mir stand er auch in der Ecke. Also, ich hab ihn die ganze Zeit in der Ecke bekämpft und da war er plötzlich 200 Meter woanders. Ne, 200 Meter, aber halt. Ja, woanders. Gott, ey, dieses Spiel ist so gut, wird der umwerfen. Das ist richtig. Best Game Ever. Ich bin gerade nur fast gestorben. Ja, das ist okay. Ich wollte ja eigentlich gestern streamen. Wolltest du? Ja, mit Kirschi. Ich wollte eigentlich Arga streamen mit ihm. Was ich schon mal angekündigt hatte. Okay. War Kirschi gestern allein oder was? Nein, war er eben nicht. Okay. Aber, oh, oh, das sind ein paar viele. Damit hab ich nicht gerechnet. Aber der Brandschaden klappt halt immer gleich in alle rein, ne? Weil ich auch Explosionsschaden auf der Waffe hab. Das ist voll geil. Da hab ich explodi... äh, brennende Explosionen. Das ist ziemlich cool. Guck, bam, alle brennen. Ja. Hast du die Granate jetzt eigentlich schon? Nein, immer noch nicht. Du meinst, du hast... Ich muss mich fünf Skillpunkte da rein skillen. Ja, ich dachte, du hast das schon gemacht jetzt langsam mal. Nein, ich hab erstmal Skillpunkte in die Explosionsschüsse geskillt. Achso, tut mir leid. Weil ich in die offensiven Attacken erstmal was haben will und dann in die, äh, sekundäre Attacken. Also in die, äh, erstmal in die priori... Ich sollte aufhören zu reden. In die primären... In die primären Attacken. Und was mit den Terziären? Checkmate. Was ist denn das? Ach, stö... Hier... Hier war ich auch schon, stimmt. Alter, was ist das denn? Ist das so eine Stadt? Ah, wir müssen ihnen helfen! Nein, sie sind tot! Was? Keine Ahnung, hier sind NPCs, die haben gerade noch gelebt. Ist das jetzt doof? Ja, ich glaub, die kann man nicht retten. Die sahen schon ziemlich tot aus. Sein lag schon auf dem Boden. Ja, das sahen auch aus wie einfach nur Gegner, die sich mit denen geprügelt haben. Old Arcovia! Oh, stimmt, hier war ich auch schon. Gut, gut. Gibt's hier ein Portal? Ja, hier gibt's ein Portal. Ja, wir müssen hier auch mit irgendjemandem reden. Da unten, nach rechts geht's da auch noch irgendwo hin. Das ist richtig cool hier. Wollen wir erstmal nach rechts? Also nach hier? Ich wollte erstmal in die Stadt genommen. Okay. Achso, ich schütze das da. Nein, links ist das Lager mit den Quests und so. Hier ist New Harbert. Ah, New Harbert. Also. Komm mit. Ich folge dir sowieso, weil du der Tank bist. Sag dir und lief in alle Gegner rein, ohne was zu tun. Oh, wir haben vier Objekte gefunden jetzt. Sehr gut. Hier reden wir erstmal mit dir. Welcome to our camp. Mornay, send me. What are you, Nate? We have a Dale. Okay. Okay. Okay, ich bin gelevelled. Destroy, abandon, forge. Okay, das hab ich auch schon gemacht. Und hier gibt's noch zwei neue Quests. Obacht. Ähm. Forgive me. Tend the wounded. Your men are squirted for your injuries. Ähm. I've captured the royal jelly. Wie brauchen wir denn? Drei royal jelly. Okay, die hab ich schon. Ich hab sieben Stück jetzt. Stranger you. You look well armed, uncapable. I've been injured. Äh, Rift, Troll, Rampaging. Ne, wir sollen Troll töten. Ähm. Zwei Level noch, dann... ...skill ich das erste Mal was in die Granate. Also nein, dann skil ich auch das erste Mal zu der Granate hin. Man kann übrigens bei Leuten noch was verkaufen. Also bei den Händlern, mit denen man nur Sachen kaufen kann. Ach, das hier ist so ein Händler. Ja, das hab ich auch grad nicht gemerkt. Ich hab da einfach draufklickt, hab meine Sache direkt verkauft. Geh ich auch. Das ist ja das Geld. Ich bin jetzt übrigens kurz in David's Crossing und hol das Royal Jelly ab, was ich in mein Lagerbereich gepackt hab. Ach, das brauchen wir hier. Ja, das ist für ne Quest. Ich hatte richtig Probleme, das Teil zu finden, weil... Äh, bei mir ist da nur eins gespawnt. Und, äh, also bei mir ist man nur eins pro West gespawnt damals noch. Und wir haben jetzt von der Westenkündigin einfach sieben Royal Jelly bekommen und so. Also beziehungsweise ich hab, äh, drei und du hast vier. Alter, der Typ krasse Sachen, aber halt nur für Spirit und Physik. Du brauchst übertrieben für Spirit und Physik. Ich bin nur für sich. 200, 241 von Badem. Hier brauchst du 305 Spirit. Auf Stufe 2, ne? Stufe 3 gibt's wieder nur ganz komische Sachen. Stufe 4. Das wurde jetzt auch ein bisschen angepasst, das, äh, mit den Sachen, hab ich gelesen, im letzten Page, change lock. Im letzten Page, also im Let's Page? Ja, Let's Page. Oder Let's Rage. Geh mal kurz nach Devil's Crossing. Devil's Crossing bleibt natürlich unsere Stadt. Habe ich gerade den Blueprint verkauft? Ich weiß gar nicht. Ist ein bisschen blöd. Alter. Was? Auf Stufe 2 hat der Typ ne übelste Muskete, alter. Die heißt Devil's Muskete. Why a Jelly Bomb? 36 bis 53, 23 Eta Damage, 11 Gift, äh, 11 Crit, 89% Eta Damage, 12% Attack Speed, äh, 20% Energy Absorbed. Alter, die ist richtig gut. Oh, wir haben noch einen Heiltrank. Und den Granatenskill kriegt er dich auch. Ne. Grandskill, okay. Grandskill ist, dass du da einen neuen Skill von bekommst. Die macht unge- also ungelevelt 42 Schaden mehr als meine. Und meine ist schon ziemlich gut. Okay. Meine ist schon die, die man sich schmieden konnte. So, okay, was haben wir denn noch? Wir sollen rausfinden, was mit Elsa passiert ist. Wir sollen Banditenöfen kaputt machen, sprengen, was auch immer. Wir sollen den Ghulgott töten. Und wir müssen die, äh, Kommandanten von Darius töten und Darius töten. Ich hab nur die Hälfte zugehört, weil ich noch versinnere, was beim Händen... Wir müssen ganz viel Sachen töten, was kaputt machen. Das ist gut. Und rausfinden, wo ein Mäuschen ist. Mieze. Wieso hast du ein Portal hier? Weil ich keinen Bock habe, so zum Portal zu laufen. Dein Ernst. Ich kann- ich kann einfach ein scheiß Portal aufmachen. Wieso soll ich da noch da hinten rennen? Wo bist du jetzt hin? Ich bin neben dem Portal und warte auf dich, dass wir in irgendeine Richtung gehen. Okay, dann lassen wir uns nach Hause gehen. Wollen wir uns aus dem Harbour gehen? Ja. Ich geh einfach schon hin, du kommst einfach mit. Oh, ne Quast! Oh, ne Quast! Was machst du? Unless du willst hier gehen, äh, was ist hier passiert? Ähm, irgendwas, was ich hier tun kann, um Hilfe zu helfen? Continue. Ja, natürlich, ich werde dir helfen. So, aber... Was? Collecte Scrap. Äh. Was hab ich gerade gemacht? Okay, wir brauchen 5 Scrap. Hast du 5 Scrap noch? Ja, natürlich, ich habe 5 Scrap. Okay, ähm... Moment mal, noch nicht geben. Obacht. Watch your coming near me, fair. Get back to rock. What are you doing here? How much coin would it take to make you leave? Äh, I think you should leave before someone gets hurt. No more Scrap, you die today. Okay, das sind böse Leute, Obacht. Wollen wir die einfach töten, oder wollen wir, äh, denen wirklich irgendwas geben? Definiere böse Leute. Moment, das sind... Cronleys Gangs. Also Cronly müssen wir sowieso töten. Ja, dann töten wir sie doch. Okay, no more Scrap, you die today, sagen wir denen, oder was? Ja. Ähm. Oi. Oh Gott, er redet genauso dumm, wie ich das machen würde. I made this once you've got a spine. I'm gonna give me a few seconds to change your mind, before I pound you in your face. Oh Gott, er redet wirklich blinder. Okay, I'm sure you die. Bam, gib ihm. Da, er ist tot. Okay, jetzt müssen wir keinen Dings mehr abgeben. How could you do this, when Cydus doesn't report back, his gang will investigate? Äh, please just go, I pray, let you for the wife's night. Das hab ich genau so gemacht, deshalb musste ich erst mal überlegen, weil die Quest kam mir bekannt vor. Hä, das heißt, wir haben die jetzt ein Todevorteil sozusagen. Nicht, wenn wir vorher die, äh, Cronys Gang töten. Na, machen wir das auch einfach. Ich war in den Häusern schon drin übrigens. Okay, ich wollte nur reingucken, ob da noch was ist und ob ich die was klauen kann. So, was haben wir denn hier schönes noch? Also wir hätten, äh, dann auch einfach Cydus Gold geben können, damit er sich abhaut. Oder wir hätten ihm den Strap geben können, den er haben wollte. Weil sie Waffen schmieren wollen mit den Öfen. Ja, wir helfen doch keinem Wichser. Und dem Gold geben müsste ich gar nicht einer da. Da, da unten ist noch was, glaube ich. Hab ich noch nicht geguckt. Achso, ja, ganz am Ende, ne? Äh, also nicht Gold, also Iron, weil du bestehst immer noch, dass es kein Gold in dieser Welt gibt. Dann, dann schreibst du mich immer an und sagst, hey, bist du schon behindert, das ist Iron. Ich hab grad extra gelassen. Ja, bestimmt, du hast es einfach nicht selber mitbekommen. Okay, okay, wenn du so leid. Ach, am, ach, du willst mir das verarschen? Ja. Das ist gemein, das war dir ein bisschen. Oh, mate, what you're doing? Was? Er hat schon wieder vier Sachen gefunden. Sehr gut. Aber es sind noch keine 1700. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ja, noch da. Okay. Ich folg, ich folg dir einfach. Hat da gerade was geleuchtet? Ja, da hat was geleuchtet. Ich schieße sogar noch rein, bevor du es kaputt machen kannst. Aber ich hab noch zugeschlagen, das sah cool aus. Versuch mir die Tiere einfach nicht alle aufzuschrecken. Sagt er und schreckte alle Tiere auf. Oh Gott, bist du auch wieder wach? Ich muss niesen. Das ist gut. Sun died. Oh, jetzt besser. Was ist das denn? Hast du Dynamit über? Ich hab doch ein Dynamit. Du hast die zwei gekriegt von mir. Ich hab eins bekommen. Das eine hab ich, da haben wir doch, äh, ich hatte eins und du hast, ne, Moment, du hast beide aufgesammelt. Das eine hab ich doch benutzt, um die Dings zu sprengen. Ja, und das andere? Das hab ich noch, äh, das hab ich ja noch, äh, auf der Dings, auf der Base. Oh, warum hast du denn das auf der Base? Was, warum soll ich das mitnehmen? Ja, um sowas jetzt zu nehmen. Das ist doch gefährlich. Stell, stell mal vor, du schießt mich an und dann explodier ich einfach, weil ich, äh, weil ich, äh, Dynamit im Rucksack hab. Ja. Das ist nicht schön. Das war eigentlich das Ziel. Ach, am, ach, jetzt wirst du mir, jetzt wirst du mir, jetzt wirst du mir, ich mach einfach 500 Schaden manchmal. 500.000? Fünf, aber Standardschaden, ne, nicht Chris. Ich mach auch 400, also ich hab auch gerade 400 gemacht. Kann jetzt dann nochmal die scheiß, na, hat's auch geschafft, endlich. Gekrittet oder ganz normalen Schaden gemacht? Ich hab einfach aufgegangen und hab gerade 400 Schaden damit gemacht. Ja, mit einer Special? Du machst ja alle drei Schläge dieses Special. Ja, ich los, da mein Special, also. Ich mach immer unterschiedlich Schaden irgendwie. Wenn ich kritt, mach ich 800. Ich mach auch ganz unterschiedlichen Schaden. Ich mach so 200 bis 500. Und mach halt, äh, Dodge-Schaden. Und, ähm. Halt an allen Gegnern gleichzeitig sogar noch Schaden. Wegen meiner Explosion. Und, hier ist noch was. Eins. Ach, assi. Ich hab's. Hast du's auch? Nein. Ja. Guck mal in der Inventar. Ja. Wir haben's geglitcht, nice. Wie bei Payday. Ja. Richtig gut. Super, die beiden waren schon fast tot. Einfach nur wegen meinem Dot. Oh, hier sind Leute. Ja. Wir haben's mit Leuten und retten sie dann. Oh, hier ist ein Ofen. Ich mach mir den Ofen kaputt. Äh, du darfst mit denen reden. Oh Gott, ich hab den Ofen kaputt. Mach ich doch zu. Guck das dir auch an. Ähm. Frank is a knife. Cronleys gang. Hold on, hold on. We are on your side. My side? The wire in the cage. Okay, wir können sie entweder töten. Oder wir lassen sie es einfach gehen. Wer ist'n das? Das sind Leute von Cronleys Gang, aber sie haben uns gesagt, dass Cronly eine Missgeburt ist. Und deshalb sind sie eingesperrt worden. Hm. Also theoretisch ist das gut, dass sie jetzt gegen Cronly sind, aber sie sind trotzdem böse. Ich weiß nicht. Wir sind keine Richter, oder? Nee. Warte mal. Wir sollen Cronly killen? Das ist irgendwie so ein Typen von Cronly. Äh. Ich weiß nicht. Ja, Frank is a knife. Das finde ich ziemlich cool. Okay, lass mir einfach leben. Ja, ich denke schon. Thanks. Now get out of here. Okay. Da, unbedingt was. Ich schieße einfach auf, während du hinläufst. Okay, ist ein Axios Spirit. Äh, das hier ist so ein Ofen und den muss man einfach einfach mal raufhauen musste ich und dann geht der kaput. Hier ist noch eine Mine, in die wir gehen könnten. Ja, lass machen. Obacht. Hast du ein paar, lass uns da ein Teil mehr kriegen? Äh, eine Minute. Ja, dann lass uns in die Höhle gehen und dann, äh. Oh, nur vier Sachen. Nice. P.O.P. Optional. Ja, du musst dir das nicht vorlesen. Ich hab auch keine Ahnung, was das ist. Das ist nicht gut, auf jeden Fall. Remove. Drei von vier, vier. Willst du, dass du langsam mal in die Höhle kommen? Ich muss ja schon die ersten Dirkner töten, die direkt vor mir gespawnt sind. Finish. Ich mach einfach gleich noch einen Scan. Das hab ich gestern auch so gemacht, nachdem ich diese 1700 Gieren entfernt hab, hab ich gleich noch einen Scan gemacht. Ja, manche Wehen kann man auch nicht entfernen. Falls ihr euch fragt, was ich grad mache, ähm. Wollen wir jetzt aufhören? Wir haben jetzt noch 20 Sekunden und ich weiß nicht, was da gehen sollten. Achso. Ja, dann hören wir auf. Dann erzähl ich, was wir hier machen, äh, was ich da nebenbei mache im nächsten Part. Okay, dann würde ich sagen, ich hab der Part nicht gefallen und du bist zum nächsten Mal. Haut renne, ciao. Tschüss.